Hier einmal noch unsere Teilnehmer. Schau, da stehen wir, Manu. Broke, aimt, per-aimt. Sehr gut, mach mal einen Clip-Chat. Ich glaube, einige sind nicht angetreten, die Doofs. Schau, Manu, wir stehen da, siehst du uns. Danke, Broke. Nein, nein, nein. Let's get up, Broke, AJ. Mein Broke, mein, mein. Broke, danke für den Hoss. Vielen, vielen Dank. Wenn du ein bisschen Spaß von den Zocken hast, dann hat man alles richtig gemacht. Chat. Oh, oh Gott. Erzähl, warum wir gewinnen. Erzähl, warum wir gewinnen. Sag den Leuten. Okay, ich bin ins Weg. Starte einfach. Bis ich gleich wieder da bin, Bro. Chat, ich bin sofort wieder. Kurze Plingepause. Unglaublich. Lässt ihr euch einfach alleine. Das ist ganz, ganz schlimm. Also, habt ihr irgendeine Frage an ProKey oder an Feint? Das würde mich interessieren. Wie sieht's aus? Ich warte jetzt einfach eine Minute. Das ist natürlich wichtig. Du, keine Frage. Das ist natürlich Unlucky, ne? Oh, 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 oh. Oh, Mann, oder bin ich wieder zurück? Ich hör dich zwar noch nicht, aber jetzt gleich. Warte ganz kurz. Wow. Und, hast du es geschafft? Ich hab's nicht geschafft, ne? Du hast es nicht geschafft? Du hast einfach geschwiegen. Chat hat er geschwiegen? Ich hab einfach geschwiegen. Ich hab einfach komplett geschwiegen. Ich hab ja noch nie bei so einem Riesenturnier mitgespielt. Das ist was echt Besonderes für mich, muss ich ehrlicherweise mal sagen. Und ich freu mich sehr darauf. Ich bin auch sehr gespannt, wenn es so Performance sein wird. Ich geh jetzt nicht davon aus, dass wir das Ding gewinnen. Das ist aber auch nicht der Ansporn. Sondern es soll der Ansporn sein, eine geile Zeit zu haben, Spaß zu haben, nochmal mit anderen coolen Leuten zu zocken. Oh, jetzt geht's bald los. Let's go. Chat, jetzt macht nochmal Lärm. Wir gehen rein. Abfahrt! In die allererste Runde. Jetzt komm, Manu, du gibst die Calls. Ich bin bei dir. Ich hab den Monster-Konfer-Schlupf. Oh, andere haben sich auch die grüne Taktik überlegt, Manu. Wir gewinnen aber. Oh, hä? Hier direkt sogar neben mir. Abfahrt jetzt. Wo landen wir? Landen wir hier, ne? Hier, hier, hier. Ja. Das ist Rexy. Wir können lasern. Lass erst mal safe spielen, oder? Lass safe spielen. Wir gehen nicht dumm rein. Ja, ich hab nur eine Pump player. Erst mal Healing auf-farmen. Okay, ich probier noch weiter Loot zu-farmen. Hier nochmal Minis, sehr gut. Wir müssen gucken. Eine muss auf High, eine muss auf High. Ich geh auf High. Ich guck von oben. Okay, stark. Die fliegen. Auf uns, oder? Die gehen zum Frisor. Wollen wir den Contest nehmen, ne? Nein, nein, nein. Aber diese Shield-Bubbles sind die besten. Die Shield-Bubbles kommen, ey. Lass mal nach hinten gehen, lass mal nach hinten gehen. Vielleicht hier. Was heißt für dich nach hinten? Ähm, sind Rifts. Komm mit, hier. Okay. Sind da keine gelandet? Weiß ich nicht. Wir gehen zum Contest, komm mit. Da ist niemand gelandet, glaub ich. Okay, passt. Ich hätte wirklich gerne eigentlich diese Dinger. Wollen wir nochmal zurückgehen? Ich mach mal kurz der Challenge. Komm, komm. Wir können Rift nehmen. Wir können Rift nehmen. Okay, ich komme. Nehmen uns. Six TM. Die sind schlecht. Die können wir holen. Jetzt bin ich jetzt nicht so drum, Bro. Aber... Ich hab den Mut ganz doll. Ich hab ganz doll den Mut. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Das war ne Mutprobe. Die musste ich machen. Ne Mutprobe. Ist noch so viel Dinger. Wir sind eigentlich auch Zone. Ich würd hier erstmal chillen, oder? Ja, ja. Wir müssen planen. Wir müssen planen. Bleib jetzt bei der AR und bei der S&G. Ist egal. Das hab ich vorhin auch ein paar Runden gespielt. Das hat euch gepasst. Minis kannst du nicht mehr mitnehmen, ne? Nee, ich hab nur ein BG. Wow, ich farm schon wieder Metz. Aufhören. Auf der Metz. Das sieht so toxisch an, aber du meinst es gar nicht so. Das ist perfekt. Nee. Lass kurz warten noch auf nächste Zone. Wo move wein? Wo move wein? Warte, ich versteck mich kurz. Wir müssen an der Zone bleiben. Ja, wo markier mal. Markier mal, wo du hin willst. Ja, wir müssen auf jeden Fall rein. Wir müssen... Ich würd zum Tornado. Können wir eigentlich weiterfliegen. Wenn wir zum Tornado kommen, können wir eigentlich hochgehen, oder? Wir müssen einfach aufpassen. Wir müssen aufpassen. Tschül einfach, tschül einfach. Sag... Nee, du sagst einfach, wohin geh nicht. Komm mit. Komm mit. Wir gehen auf den hier. Ey, die sind da, die sind da. Nee, die sind da, die sind da. Lass links abtreten. Die anderen, die sind auch links. Wir treffen nichts. Hier, warte, ich mach hier kurz. Ich muss noch mal kurz zielen. Willst du instant weiter oder kann ich kurz zielen? Nein, nein, du kannst zielen. Oh, ist das respektlos. Hier war einfach offen gehielt schon wieder. Okay, wohin? Ja, aber wir müssen... Wir müssen... an der... an der Zone bleiben. Am Rand. Ja, mach das, mach das. Ich bleib bei dir. Wir dürfen halt nur nicht dann zwischen Zone und Gegner kommen. Ey, vor uns direkt welche. Vor uns direkt welche, ne? Ich weiß, ich weiß. Die sind oben auf dem... auf dem Ballon. Komm in, Busch, komm in, Busch, komm in, Busch. Wir sind nicht drin. Ich weiß, ich weiß. Die fliegen, die fliegen. Ah, die... Die scouten, die scouten. Die scouten, die scouten. Komplett. Warte, jetzt kommen andere hoch. Da sind noch andere. Die fighten, die fighten. Wollen wir laufen einfach jetzt? Wir können auch schießen. Warte, 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 warte. Nein, nein, wir können jetzt noch nicht laufen. Wir können nicht laufen. Weil die gerade fighten. Ja, eine Pettit. Da kommen wir jetzt zurück. Wir bleiben da. Entweder müssen wir jetzt laufen oder hochgehen. Nein, wir chillen, wir chillen, wir chillen. Alles gut. Eine Minute ist die Zone da. Wir müssen... Ich würde zumindest reinkommen. Chill, 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 chill. Wir haben da vorne noch ein Ding. Wir haben noch 30 Körperschuss. 30 Stück. Der ist schon vorgegangen, oder? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ja, lass, lass, oder? Komm. Ja, komm, komm, komm. Ich bin auch oben. Passt. Nach links, komm, nach links. Wollen wir zum Tornado oder kommen wir rein, wenn du willst? Wo ist der Tornado? Ja, ja. Direkt vor dir. Pass auf, oben auf der Burg. Ich will trotzdem in den Tornado rein, oder? Ja, ja, ja. Wir gehen in den Tornado. White Life. Warte, ich werde angeschossen, ich werde angeschossen. Wow, die haben gute Helm. Das sind gute Spieler. Pass auf. Ich kann meinen Fall schon nicht mehr zumachen. Komm instant runter. Komm instant runter. Wir gehen in ein Haus rein. Oder in den Busch. Bist du bei mir? Ja, ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Aber ich glaube, die lasern mich nochmal gleich. Nee, doch nicht. Okay. Ich muss healen, ne? Ich muss healen. Hast du irgendwas? Ich habe nur Splasher. Ich habe Splashes nur. Ich auch. Wollen wir splashen? Müssen wir. Ja, du musst splashen. Soll ich noch einmal? Ja, wie du willst. Ja. Wollen wir weiter rein, oder willst du hier bleiben? Erstmal. Schnell, schnell. Wir sind in der Zone. Wir sind in der Zone. Okay. Das ist ganz, ganz wichtig. Taktisches Warten, ne? Kein Campen. Alles klar. Vor uns, vor uns. Oben. Nachbei. Ja. Hinter uns kommen noch welche. Vielleicht sollten wir mehr. Ich würde auf keinen Fall schießen, weil hinter uns sind welche, Mann. Ja. Hinter uns sind welche. Und wenn wir die... Blumi hat er gerade alle geholt. Okay. Schade. Dieser Frosch hinter uns. Hörst du den auch die ganze Zeit? Ja, das ist wohnenlos. Quark, quark. Und wir haben noch 30 Klappen. Hinter uns, hinter uns. Achtung. Nehmen wir uns. Nehmen wir uns. 3, 2, 1. So. 29. Mach, mach, mach. Wef, 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 wef. Die gehen weg, die gehen weg. Chill, 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 chill. Kannst du hier? 74 Crack. Geh, geh nicht drauf, geh nicht auf dich drauf. Übersteckst du hier. Pass auf. Jetzt ist, wir haben halt kein Deckung mehr. Der von oben, der von oben, der von oben. Guckst du halt sonst. Ich kann hier, ich kann hier. Chill, chill doch. Ich kann halt jetzt nicht hier hochpiepen. Das ist immer ein Riesenproblem. Bin mir nicht sicher, wie okay das Ganze ist, was wir hier gebaut haben. Aber in meinem Kopf hat es sich gut angehört, was ich gemacht habe. Ne, es war gar nicht gut. Komplett, ein kompletter Crack. Der war komplett ohne HP. Ja, die sind aber auch durchgezogen nach hinten. Pass auf. Steps vor uns. Hit uns. Wir müssen late. Hey, hinter uns, zitter uns am Baum. Hinter uns am Baum, Peter. Kannst du hierher kommen? Komm mal zu mir hoch. Nein, nein, pass. Wir müssen jetzt eigentlich rufen, wenn die auf den Sprayen. Ah, nein, der ist tot, der ist tot. Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Die haben Auge auf den, maybe. Ja, okay, dann müssen wir links rum. Wir müssen links rum in den Tornado und dann fliegen. Komm. Okay, mach. Mach. Der Star ist weiter weg als gedacht. Kommst du hoch in den Tornado? Ich versuch's. Ich geh ganz hoch und flieg so weit, wie's geht, ne? Ich bin komplett ganz oben, Bro. Höher geht nicht mehr. Ich hab den Zenit hier oben. Bleib hier einfach. Bleib hier einfach noch ein paar Minütchen, Manu. Da sind auch welche drin im Tornado. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Ich glaub, Tornado ist so perfekt einfach. Da bleiben wir jetzt für immer. Oh, ich krieg richtig einen Drehbaum langsam. Das geht mir ein bisschen zu oft im Kreis. Links rum, links rum, links rum. Komplett links rum. Bin bei dir. Genau hinter dir. Ich hab nichts mehr zu umbauen, ne? Ich hab nichts mehr zum hinwerfen, ne? Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Der Busch, der Busch da vorne, der Busch da vorne. Komm. Oh, er ist perfekt. Ich seh ihn, ich seh ihn. Hol ihn dir, hol ihn dir. Schaffst du. Sehr gut. Bubble? Bubble? Ich hab keine Bubble. Ich hab mich, hab ich gedroppt. Oh mein Gott, 13. Von Wave 2 auch noch. Das schmerzt jetzt. Das schmerzt jetzt. Du hast beide Dinge geholt, ne? Du hast beide Dinge gemacht. Ja, die hatte ich halt vorhin schon. Deine Bunker. Ja, du darfst deine Bunker auch zu mir werfen. Dickes F rein. Dickes F rein. Aber 13 ist okay. 13 ist okay. Die erste Runde, sag ich dir ehrlich. Das ist okay, ja. Das ist okay. Wir müssen jetzt einfach in der ersten Runde schon alles antizipieren. Leute, die Top 7 wird für das große Finale nächste Woche eingeladen. Und unter anderem die Top 5 nimmt, äh, die Top 3 nimmt heute Preisgeld mit. Die Gewinner der ersten Runde, Reddish und Blumi mit der Nummer 1. Reddish gewonnen. Jetzt haben sie gerade auch ein Bild reingeschickt, wie man das macht. Bei der zweiten Runde, wie es sie ist. Hallo, kümen wir jetzt auch nochmal die nächste Runde rein? Da ist er wirklich bodenlos. Ja, kümen wir schon. Allein wir queuen schon zwölfeinhalb Minuten. Geht's halt. Ne, man muss nur einmal darüber sprechen. Dann geht's schon rein. Komm, wir müssen ein bisschen aggressiver sein auf Ballons, sondern einfach schießen. Top 13 ist voll okay. Ja. Wir sind aber 14 da. Stimmt, ja. Auf den Ballon und schießen. Wichtig. Aber das kriegen wir hin. Das muss möglich sein. Mit einer guten Runde können wir uns echt quollen. Ihr müsst jetzt voll beliefen. Ich stopp wieder gut für hinten, Manu. Aber die contesten uns, die contesten uns, die contesten uns. Wirst du weg? Nein, nein. Perfekt. Gerade da oben. Oh. Wo sind die gelandet? Weiß ich nicht. Ey, die sind direkt gegenüber. Direkt gegenüber von uns. Was heißt gegenüber? Hier, hier, hier. Hier, hier. Kann ich kurz nach hinten mich hier hingehen? Ich renne kurz nach hinten. Wer kann zu das Haus hier mitkommen? Ja, ja. Der kommt zu dir? Der ist ein ziemlich nah neben uns. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ich bin oben. Bin ganz oben. Ja, ich bin neben dir. Der ist hier drin. Nein, der klettert hier gleich hoch oder so. Der ist schon gegenüber von mir. Ja, der steht oben. Ey, der habe ich cracked. Aber ich bin auch cracked. Mach, 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 mach. Push ihn. Du musst mit pushen. Ja, okay. Geh weg, geh weg. Ich glaube, das war das dümmste Chomphead, was ich... Nein! Nein! Das war wirklich das dümmste, was hätte passieren können. Wieso bist du runter? Er war komplett tracked. Aber in zwei Stunden habe ich keine Chance. Oh mein Gott. Das bricht ein, natürlich. Oh mein Gott. Ich finde dich gar nicht gut. Das war unser Ding. Also null. Ich mag dich gar nicht. Ey, wir müssen da weg. Wenn wir da nicht zusammen sind, dann das Ding. Das ist... Ja, verdammt. Das ist sogar unser Loot. Da liegt dein Loot, Manu. Er fliegt gerade in deinen Loot rein. Ja! Das ist so geil, Manu. Ich weiß das, manu. Ich bin da safe raus. Bei der Einflussrugkern. Die müssen irgendwie nach unten rechts rotieren und dann... Oh, 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 oh. Die haben einfach besseres Aim. Die haben... Die haben... Aber... Oh, 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 nein. Oh, oh. Eins gegen eins. Oh mein Gott. Und was? 6-2-M-Kimile. Und Fork gewinne die Runde. Kimile gewinnt. Kimile gewinnt. Was war das? Treybox und Trilan gerade auf der 6. 10. Oh, Chat. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Prime offen haben. Wir haben den Prime offen und ich Prime mal rein. Mit Prime abonnieren. Und wir hauen hier mal den Prime rein, Chat. Oh, ich weiß gerade nicht, Julian. Ich stehe... Gönne. Nee, auch Fork habe ich nicht. Nee. Synapse. Boom. Let's go. Safe, dass Synapse der Key ist. Nicht, dass da welche landen. Keine Ahnung. Wenn Synapse welche landen, das war es dann halt. Top 5 ist mein Ziel, sag ich dir ehrlich. Ja, dann müssen wir sticken die ganze Zeit. Und sich rumverhalten. Ja, wenn du sagst, wo es lang geht, dann mache ich das. Ja. Dann wird's Clayman, passt. Ist hier kein, der hier gelandet ist. Ist gut. Na, ich glaube auch nicht. Ich muss sagen, ich finde es so schade, dass es jetzt schon die letzte Runde ist. Ich hätte so Bock jetzt auf ein paar Runden, Manu. Ist echt nice gemacht. Der Kamp. Der Noble ist auch geil. Ich glaube, ich nehme jetzt die Runde viel mehr Rotation Sachen mit, Manu. Das werde ich auch. Ich glaube, das ist so Pair. Hier vorne sind übrigens Gegner. Das ist... Ich kann mich auch nicht mitnehmen. Oh mein Gott, Manu, nimm sie. Nimm sie bitte. Gönn sie dir. Verleibe sie dir ein. Mach mich stolz damit, ja? Wir chillen hier einfach auf Pair und gehen ganz late weiter, ne? Hier fliegen übrigens welche. Oh. Ja, wir müssen hoch, wir müssen hoch. Sonst haben wir High Ground aufgegeben. Oh, ich will gern... Oh! Ich hab heute geschwinkommen, Mannu. Ich hab heute geschwinkommen, Mannu. Es ist so schlecht. Pass auf. Das sind... Aber geiern die auf uns, oder? Weiß ich nicht. Hier sind nochmal Dinger, ne? Oh, ich würde die eigentlich gern mitnehmen. Aber wie können wir hier weiter rotieren? Wo gehen wir hin später? Schon da rüber, ne? Ja, wir können doch fliegen. Ne, hier bei uns ist ja keine so richtige Fliegstation. Hier ist ein Jump-Pads. Der vor uns den Gegner. Oh. Mach ihr aber auch riskante Sprünge. Ja, wir sind selten dazu da drin. Pass auf. Ja, okay. Wir können ja nicht bleiben, ne? Ja. Das ist eigentlich perfekt. Ich würde hier bleiben. Und dann gehen wir late zu dem Ballon da rüber, ne? Zudem. Aber das sind ja jetzt noch welche drauf. Ich seh's immer mal. Ich weiß ich nicht. Aber wir können da schon drauf gehen. Wir können da einfach fighten. Ja, okay. Dann, dann lass das machen. Ich komm nur wieder rüber. Warte ganz kurz. Ben, dann müssen wir zusammen komplett reingehen. Ja. Bin gleich da. Okay, die Position ist echt gut, ne? Wir dürfen nur nicht stehen bleiben wegen Snipen. Ja, wir haben ja echt ne gute Pose. Die können wir gut ausspielen. Ich würde jetzt schon in den Busch gehen. Early Busch ist, glaube ich, Taktik. Weil wenn wir wieder late reingehen, dann kriegen wir wieder keinen. Irgendwo relativ mittig würde ich schauen. Der hier? Warte, von hinter uns. Ich würde auf den Berg oben. Ich würde irgendwo mit High Ground ausspielen. Der hier? Ist okay. Wir müssen nur kochen, dass da niemand drinnen sitzt. Das sehe ich. Nee. Keine Ahnung. Ich glaube, die Pumpen. Wir haben hier ne gute Pose. Wir haben hier echt ne gute Pose. Hier oben. Gegner. Ich habe auch noch einen Jump-Hit für den Notfall, ne? Ich habe ne Base, ich habe ne Base, ich habe ne Base. Ey, die Runde kann so gut werden. Hier drüben im Busch sitzen welche. Wollen wir auf die schießen oder wollen wir es lassen? Ne, lass, 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 lass. Das ist nicht wert. War das fliegen welche? Ne, okay. Oh mein Gott. Perfekt, 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 perfekt. Oh, safe. Wie kommt, also, wo ist unsere nächste Pose? Ja, wir müssen da reinkommen. Aber was machen wir dann? Hier, hier. Ich mache das Ding. Ich mache, doch, doch, ich mache doch das Ding hin. Aber late müssen wir dann rein. Late und du wirst es so, dass halt hinter uns offen ist, ne? Genau. Da kommen welche, da kommen welche? Achtung. Nicht mehr Mufi, nicht mehr Mufi. Die Crouchen, die Crouchen jetzt irgendwo. Okay, Mufi, vorbei. Sollen wir jetzt vielleicht auch reingehen, während die jetzt... Chill, 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 chill. Jetzt. Pass auf, pass auf, hinter uns, hinter uns. Hab ihn. Oh mein Gott. Sitme? Finishing. Finishing. Wir haben Sitme geholt. Oh, was? Sitme geht down. Halt's Maul. Und Lame geht auch da und das war's. Nehmen uns, nehmen uns, Läser, den 27, Crack, 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 Crack. Es, Crack, schieß die Band weg. Oh mein Gott. Move in unsere Base. Geh rein. Weiter, Scram. Pass auf, the granite. The granite. Ich muss in der... Wir sind zone hier, wir sind zone hier. Fast. Pass auf. Alles gut, ich kann hier nicht zu wegimpuls werden. Kannst du mir helfen? Pass auf, pass auf. Ne, kannst du nicht. Pass auf, der kommt noch ein, hier. Hier kommt noch ein. Hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Nein. Top 6. Ja, der GG. Oh mein Gott. Wir sterben an Robnik. Den wollte ich mir doch heute holen. Oh mein Gott. Wir haben Sitme geholt. Wir haben einfach Sitme geholt. Wir haben einfach Sitme geholt. Let's go. Oh mein Gott. Baba Krox ist auf der 8, Manu. Der Arme. Der Arme. Mit gleicher Punktzahl auch noch. Ich kotze. Mit gleicher Punktzahl, Baba Krox, der Arme. Okay. Chat, ich würde sagen, das war es mit dem Stream für heute. Ich wünsche euch noch einen richtig geilen Tag, Chat. Wiederschauen. Und reingehauen, Chat. Let's go. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a tag.